Diagnose Nahrungsmittel-Unverträglichkeit Bei einer zunehmenden Anzahl von Menschen führt die Aufnahme bestimmter Nahrungsmittel zu unerwünschten und unangenehmen Erscheinungen im Magen-Darm-Trakt. Die Diagnose einer Nahrungsmittel-Unverträglichkeit ist jedoch nicht einfach, denn eine allgemeingültige Definition und Diagnostik gibt es nicht. Typische Beschwerden, die im Zusammenhang mit der Nahrungsaufnahme auftreten können, sind Blähungen, Einspannungsgefühl im Bauch, Durchfall und Übelkeit. Diese Symptome können auf eine Nahrungsmittel-Unverträglichkeit hindeuten, aber ebenso auf andere Darmerkrankungen zurückzuführen sein. Eine genaue ärztliche Abklärung ist daher sehr wichtig. Beschwerden nach der Nahrungsaufnahme, Einteilung in folgenden Fällen kommt es zu unerwünschten Reaktionen auf bestimmte Nahrungsmittel, Nahrungsmittelallergie. Bei einer echten Nahrungsmittelallergie richtet sich das Immunsystem gegen bestimmte Nahrungsmittel-Bestandteile. Es kommt zur Auslösung von typischen Abwehrreaktionen. Diese können Ege vermittelt oder nicht Ege vermittelt sein. Plus plus mehr zum Thema, Nahrungsmittelallergie plus plus Zöliaki. Bei der Zöliaki oder Gluten-Unverträglichkeit reagiert der Körper überempfindlich auf den an manchen Getreidearten enthaltenen Eiweißstoff Gluten. Es kommt zu Reaktionen des Immunsystems sowie zu einer Entzündung und Schädigung der Dünndarm-Schleimhaut. Plus plus mehr zum Thema, Zöliaki plus plus Nahrungsmittel-Unverträglichkeiten im engeren Sinn. Im Unterschied zur Nahrungsmittelallergie kommt es bei einer Nahrungsmittel-Unverträglichkeit nicht zu Reaktionen des Immunsystems. Vielmehr ist der Körper dabei nicht in der Lage, bestimmte Nahrungsbestandteile zu verdauen, weil dafür notwendige Enzyme fehlen oder der Ablauf der Verdauung gestört ist. Zu den Nahrungsmittel-Unverträglichkeiten im engeren Sinne werden die Laktoseintoleranz und die Fructose-Malabsorption gezählt. Reaktionen auf Biogene Amine Biogene Amine sind Stoffwechselprodukte, die in menschlichen und pflanzlichen Zellen vorkommen. Der bekannteste Vertreter ist das Histamin. In großen Mengen löst Histamin bei jedem Menschen Beschwerden aus. Bei einer Histaminintoleranz ist der Abbau von Histamin im Darm gestört, wodurch bereits kleine Mengen an Histamin zu den typischen Symptomen führen. Plus plus mehr zum Thema Histaminintoleranz plus plus Reaktionen auf Zuckerersatzstoffe Zuckerersatzstoffe bzw. Zuckerstoffstoffe finden sich in vielen industriell hergestellten Lebensmitteln. Beispiele dafür sind Sorbit oder Xylite. Zuckerersatzstoffe können, vor allem in größeren Mengen, Symptome wie z.B. Durchfall, Blähungen oder Bauchschmerzen auslösen. Auch eine Intoleranz ist möglich. Dabei werden diese Stoffe nicht oder verlangsamt für Stoff wechselt, wodurch die Stoffe Beschwerden auch schon nach der Aufnahme geringer Mengen auftreten. Zudem gibt es seit einigen Jahren zahlreiche Untersuchungen, die einen Zusammenhang zwischen abdominellen Beschwerden und einer, hohen, Glutenzufuhr zeigen, ohne dass eine Zöliake vorliegt. Man spricht dabei von NCGS, Non-Küller-Gluten-Sensitivity, bzw. nicht Zöliake-bedingter Glutensensitivität oder Weizensensitivität. Die Existenz eines NCGS ist derzeit aber nicht allgemein anerkannt. Weitere mögliche Ursachen, Beschwerden, die nach dem Essen auftreten, können nicht immer eindeutig einer dieser Ursachen zugeordnet werden. Sie können ebenso Symptom einer anderen Grunderkrankung sein. Oft bestehen auch Überschneidungen, das heißt einige Erkrankungen des Magendarmtraktes stehen in Zusammenhang mit der Aufnahme bestimmter Nahrungsmittelbestandteile. Dies kann zum Beispiel bei folgenden Erkrankungen der Fall sein, chronisch-entzündliche Darmerkrankungen, Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse, Reizdarmsyndrom, Funktionsstörung des Darmes, zum Beispiel Morbus Hirschsprung. Vor allem für das Reizdarmsyndrom gibt es viele Untersuchungen, die einen Zusammenhang der Beschwerden mit bestimmten Nahrungsmittelbestandteilen aufzeigen. Der Weg zur Diagnose besteht nun der Verdacht auf eine durch Nahrungsmittel ausgelöste Störung oder Erkrankung des Magendarmtraktes, sollte zunächst ein ausführliches ärztliches Gespräch stattfinden. Für den Arzt ist es etwa wichtig, zu wissen, welche Beschwerden genau vorliegen, wie lange diese schon bestehen und ob vom Betroffenen selbst ein Zusammenhang mit bestimmten Nahrungsmitteln festgestellt werden kann. Allerdings ist die Schwere der ausgelösten Symptome meist unabhängig davon, wie viel des potenziellen Auslösers gegessen wird. Ein eindeutiger Zusammenhang zwischen Nahrungsmittel und Beschwerden ist daher nur schwer erkennbar. Oft kann es helfen, über einen Zeitraum von einigen Wochen ein Beschwerdetagebuch zu führen, in dem sämtliche Mahlzeiten mit allen Zutaten sowie das Auftreten etwaiger Beschwerden dokumentiert werden. So können in einigen Fällen Zusammenhänge erkannt werden, die im normalen Alltag vielleicht nicht auffallen. Um zu klären, ob es sich um eine der oben genannten Erkrankungen handelt, werden in einem nächsten Schritt je nach Verdacht spezielle Untersuchungen durchgeführt. Sie gibt es zum Beispiel für das Reizdarm-Syndrom genaue Diagnose-Kriterien, ROM-Kriterien, welche die Durchführung bestimmter Untersuchungen einschließen. Für die Diagnose einer Nahrungsmittelunverträglichkeit gibt es solche Diagnose-Kriterien jedoch meist nicht, auch spezielle Tests existieren nur wenige. Zu den gut definierbaren und nachweisbaren Nahrungsmittelunverträglichkeiten gehören die Laktoseintoleranz und die Fructose-Mahl-Abserption. Beide können, unter anderem, mithilfe eines sogenannten H2-A-Them-Tests nachgewiesen werden. H2-A-Them-Test bei einer Laktose- oder Fructose-Inverträglichkeit wird der jeweilige Zucker im Dünndarm nur unzureichend für Stoff wechselt und gelangt, anders als normal, weiter in den Dickdarm. Dort wird er von Bakterien der Darmflora zersetzt, wobei Wasserstoff, H2, entsteht. Dieser Wasserstoff ist mithilfe eines relativ einfach durchzuführenden Tests in der Ausatemluft messbar. Plus Plus mehr zum Thema, H2-A-Them-Test plus plus Laktose-Toleranz-Test für die Diagnose einer Laktoseintoleranz steht zusätzlich zum H2-A-Them-Test ein Laktosebelastungstest, Laktose-Toleranz-Test, zur Verfügung. Dabei wird der Blutzuckerspiegel nach Einnahme einer bestimmten Menge Laktose mehrmals kontrolliert, wodurch Rückschlüsse auf die Laktoseverwertung gezogen werden können. Plus Plus mehr zum Thema, Laktose-Toleranz-Test plus plus Fortmap-Diät als weiterer Schritt kann eine sogenannte Fortmap-Diät, Pementierbarer Oligo, De- und Monosaccharides sowie Polyole, versucht werden. Im Rahmen dieser Diät wird die Aufnahme einer speziellen Gruppe von Zuckerverbindungen, zu denen unter anderem auch Laktose, Fructose, Xylite und Sorbit gehören, gemieden bzw. stark reduziert. Eine solche Maßnahme ist geeignet für Personen, die häufig unter starken Blähungen, Bauchschmerzen, Durchfällen und Übelkeit leiden. Dies können einerseits Personen sein, die noch, keine eindeutige Diagnose erhalten haben, andererseits können es Reizdarmsyndrom-Patienten oder zum Beispiel Patienten mit Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn sein. Auch bei Personen mit Laktose- oder Fructoseinverträglichkeit, die trotz spezieller Ernährung noch Beschwerden haben, kann eine FUTMAP-Diät angezeigt sein. Zunächst werden über einen Zeitraum von einigen Wochen FUTMAP-haltige Lebensmittel komplett gemieden. Meist kommt es dabei zu einer Besserung oder sogar Normalisierung der Symptomatik. In der nächsten Phase wird ein FUTMAP-haltiges Lebensmittel über einige Tage in steigender Menge wieder zugeführt, um dessen Verträglichkeit zu testen. Eine Woche später kann wieder ein anderes Lebensmittel hinzugefügt werden und so weiter. Durch das systematische Weglassen und Wiederzuführen einzelner Nahrungsmittel kann der Auslöser der Beschwerden gut erkannt werden. Nach und nach können auf diese Weise individuelle Nahrungsmittelunverträglichkeiten gefunden werden. Das jeweilige Nahrungsmittel kann dann, als therapeutische Maßnahme, dauerhaft weggelassen werden. Auch bei Patienten mit Reizdarmsyndrom kann eine FUTMAP-Diät zur deutlichen Besserung der Beschwerden beitragen. Sie sollte allerdings nur unter fachlicher Anleitung und niemals im Selbstversuch durchgeführt werden. Alltag der Betroffenen in der Praxis erweist sich die Suche nach Nahrungsmittelunverträglichkeiten oft als schwierig, in manchen Fällen auch als überhaupt nicht möglich. Dies ist unter anderem durch die Überlappungen mit anderen Erkrankungen wie einem Reizdarmsyndrom, in einigen Fällen auch mit psychischen Störungen, bedingt. Gerade deswegen besteht oft ein hoher Leidensdruck seitens der Betroffenen. Wenn trotz ausführlicher Untersuchungen keine eindeutig pathologischen Befunden nachgewiesen werden können, werden die Probleme von manchen Ärzten zu wenig ernst genommen, und dies ist eine große Belastung für die Patienten. Es ist jedoch wichtig, zu wissen, dass sowohl eine Laktoseintoleranz als auch eine Fructosemalabsorption trotz der sehr unangenehmen Beschwerden langfristig keine weiteren Gesundheitsschäden nach sich ziehen. Zudem können entsprechende therapeutische Maßnahmen und Empfehlungen getroffen werden, sodass in den meisten Fällen eine Besserung der Beschwerden erreicht werden kann. Spezielle Ernährungsmaßnahmen wie eine Foodmap-Diät ermöglichen es den Betroffenen, jene Ernährungsform zu finden, bei der ohne große Einschränkungen die Beschwerden reduziert werden können und die Lebensqualität verbessert wird.